gut so es haben auch erst mal wieder genug essen zur verfügung das doch gut das ist auch schon wieder etwas riesengroßes schuldigung ich packe es wieder weg und schon dieses tod baby soll feier heute baby bb ist gerade wieder typ aus der werbung ich wurde schon dreimal befolgen ja baby legt er legt heute alles flach egal was es ist das ist irgendwo baby ist irgendwo so ein kleines und wir haben gerade hier gehört kann aber auch nehmen wir es nicht ja fliegt ich habe ein bambi getötet ein bambi ein bums die ich lief meine hasenfalle bevor das sind ziemlich beiniges langes fäßchen drin man sieht die bäume hier kaum alter bei der dunkelheit so fertig 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, noch eine Aua So, da fällt wieder Sehr gut Und noch einen Toten Baby schnippt auch die Leichen durch die Gegend Hier liegt auch schon einer über mir Ein Leichenhauf Wir brauchen Arme Pomino Padre et Spiritus Sancti Wir brauchen Arme, Baby braucht Finger Davon können wir nie genug kriegen So Aber Baby tut mir doch nicht weh Warum tust du das, warum bist du so fies zu mir Ich habe dir nichts getan Und dann kann man die Leichen inna Irmin also Wenn das von Thys kann man Ja Das war's. mensch vom koksen bitte das mikrofon stimmstellen wenn wir gerade jemand ich weiß nicht du hast so finde etwas das wird schon wieder juhu haben die nacht ohne bände bespannen aber von mir wieder geht noch weiter weiß gar nicht ob das damals bei unserem anderen lager auszufassen auch baum stelle baum stelle bis zum abwägen und ich hab dich gezwillt ey du hast mich auch vor und oft genug abgeschossen komm wir sind quitt ey der Wagen ist übrigens voll was macht Cap eigentlich außer da durch die Gegend rennen? ich sammle so quasi mehr weniger ich eigentlich dann Bäume fällen und den Zaun vollständigen könntest du mal den vollen Wagen von oben runter holen dass wir den runter holen ist nicht mein Job wo steht denn der überhaupt? wo das Feddäckchen ist, ne? wo die Flagge ok da macht Baby gerade schon war eigentlich gerade wie gesagt nur Bäume fällen und was du denn zeigst was soll ich denn sonst machen? du fährst gegen den Baumstamm Baby normalerweise kannst du so lange Sachen aber besser manövrieren das heißt aber auch nur du das heißt aber auch nur du bald ist es soweit da ist unser Zaun fertig wenn wir gerade kurz der Kommand ich sage mal die Flagge das sieht schon fast sieht gut aus also fertig quasi wobei ich irgendwie hoffe dass wir auf diese inseln die da hinten ist noch komme kommen soll da was rüber bauen können ja ich will doch hier dann noch ein steg dran bauen dann machen wir ja unser unser los wieder soll ich das schon mal vorbauen hier nein nein ich mach das dann schon hier ist auch noch glaube ich mindestens ein baubestanden wo ich der waren der ich dachte ich bräuchte mal wieder dynamit da müssen wir dann wiederholen erkundung machen schöne tiefe feuchte höhlen ich glaube dafür ist bb noch nicht bereit ich bin bereit ich bin bereit heute wieder so stilles gewöhnchen die denkt sich doch was laber die für eine scheiße ja aber mit dynamit wäre es vielleicht gar nicht so schlecht hier mal ein paar mehr bäume zu fällen ich bin bereit in bin noch 37 bäumchen dann haben wir es geschafft und jetzt im nächsten projekt weiter da kommt wieder irgendwas angelaufen komm her digga schade er hat keine lust gehabt er geht muss das für ein scheiß was du da wird angegriffen aber der springt einfach mal an mir vorbei während ich gerade wegrenne was greift sich also das ist baby und nämlich gerade so jetzt fertig wie viel brauchen wir denn noch 30 sind das nicht mit die stärksten die so dunkel sind da kommt schon wieder irgendwas komisch aus das bin ich du hast gerade so geschrieben ja dass das neue da ein keine ahnung ich bin eigentlich hier unterwegs gerade so ein bisschen links am sammeln und jede menge holz 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 oder sind schon wieder vier stück in richtung container die kommen aus allen richtungen auf uns zu ja was ist denn da los wir werden sie hin bauen sie ab die hauen glaube ich ab da habe ich kein bock die hauen die hauen auch die hauen ja sie Das war die Energie aufladen. Meinst du Energie oder Leben? Naja, es liegen hier beide blauen Linien. Ja, das ist Energie, ja. Die kannst du auch aufladen, wenn du dich auf die Bank setzt. Du hast dich gerade gesehen zu wenig, was ich gemacht habe, oder? Nö. Ich habe mich tatsächlich auf die Bank gesetzt, ja. So. So. Fast geschafft, Leute. Jetzt sind wir endlich geschützt, wenn wir in den Zaun gehen. Okay. Ja. Was haben wir denn noch über 15? Eine Wagenladung dürfte das sein, ungefähr. Ja. Natürlich irgendwie. Also es muss so nachträglich einbauen. Okay. Absolut hier. dann machen wir dann mal dann gehen wir mal bäumchen fällen was sind halt einfach ein tor hinten reingemacht ja ganz ich war das habe ich habe mit absicht gemacht damit du nicht wenn du da hinten um lagart dass du wieder komplett nach vorne durchgehen muss wieder zurück weiß ich habe ich dann noch nach direkt ein tor eingebaut ja das ist aber doof aus der ganz hinten in der ecke noch ein tor rein wir haben doch ein tor dann sei es auch keins auf der anderen seite ist auch keins doch ich hätte machen nicht besser so doch schwachsinn wenn du auf der anderen seite auch schon keins hast dann gibt es doch kann die war da wurden schlagen sie auch nach hinten kollegen hat er gerade seinen eigenen neuen mann umgebracht so seine eigene frau sozusagen vielleicht war das mit absicht also der hat das mit deinem kampf dann nur als ausrede genommen dass er so bald haben wir die ganze küste hier karl gemacht damals was dynamit gemacht da genutzt haben so 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 ich habe wieder irgendwas angelaufen das volle ja haben anscheinend schnell weg liegen aber noch also gut eigentlich sollte es reichen wer wieder freunde gefunden herzhaft es hängt jetzt an einem scheiß baumstamm ich gehe mal einen holen ja er wird gespüter bitte zu sagen wer denn Ein Flopter kommt sogar dann. es meinten du gucken wir jetzt noch immer noch hier drum herum kommen dann müssen wir hier noch irgendwelche spitzen oder sowas hier noch hinstellen dann ja so 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 um so hast du so 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 Die ist alles schon so abgegrast und das Wort ist abgeforstet. Alter, schon wieder dieser Schrei, Alter. Heftig. Stark. Ich kaufe nichts die weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020